Dieses Video wird unterstützt von GetInIT. Wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt und selbst als professioneller Spieleentwickler oder in einem anderen Feld der IT arbeiten wollt, dann klickt da definitiv mal rein und schaut am Ende des Videos nochmal vorbei. Dort zeige ich euch noch ein paar mehr Details. Bis dann. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir den Boden für unseren wundervollen Cube hier legen. Und ja, das wird ein bisschen tricky werden. Wir werden einige tolle Sachen beachten müssen, aber absolut coole Sache auf jeden Fall. Ja, lasst uns also direkt anfangen. Und nein, ich möchte immer noch kein Update machen. Das ist immer noch dieselbe Sache hier. Okay, also was wir machen müssen oder wollen zunächst einmal ist natürlich, wir wollen einen Boden generieren. Das heißt, wir schreiben uns hier einen Generate Floor. Und nun ja, lasst uns da vielleicht eine Größe noch mitgeben. Das heißt, in dem Fall dadurch, dass es ja ein Boden ist, nur eine Breite und eine Tiefe. Ähm, und nicht irgendwie ein, nun ja, eine Höhe auch noch, weil das Ding hat an sich keine Höhe. Es ist eine, eine Ebene. Und eine Ebene hat in dem Sinne erstmal keine Höhe. Das werden wir gleich noch sehen. Das ist quasi wie eine Box, die absolut flach ist, aber trotzdem irgendwie da ist, ja. Okay, also im Endeffekt passiert hier relativ viel von dem, was wir hier unten auch schon gemacht haben. Wir bauen uns zunächst einmal unsere Geometrie, ist gleich New3.PlaneGeometry. Da unterscheidet sich natürlich ein kleines bisschen. Ähm, und die PlaneGeometry, wie gesagt, die benutzt nur zwei Werte. Und zwar einmal die Breite und einmal die Tiefe, um zu sagen, wie groß das Ding ist. Und anschließend brauchen wir natürlich auch wieder ein Material. Und hier können wir tatsächlich einfach eins zu eins sagen, ja, lasst uns das einfach mal hier kopieren. So, ähm, und ja, wir wollen es natürlich nicht weiß haben, sonst können wir es nicht unterscheiden. Lasst uns RGB machen. Lasst uns, ups, lasst uns das Ganze als 00FF00 schreiben. Ähm, denn so können wir hier tatsächlich hergehen und sagen, ähm, wir wollen, ähm, grüne Farbe haben. Also quasi eine grüne Ebene als Boden, sozusagen wie Gras. Okay, es ist, es sieht natürlich nicht aus wie Gras, weil es einfach nur grün ist. Ähm, Gras hat ein bisschen mehr Textur noch und alles, aber ja, das ist okay erstmal. So, und, ähm, dann sagen wir hier, okay, wir wollen hier ein 3.Doubleside dranhängen. So, und dieses 3.Doubleside macht jetzt, dass diese Ebene wirklich von beiden Seiten sichtbar ist. Und das ist auch relativ nützlich, ähm, würde ich euch empfehlen, eigentlich immer zu machen. Das kostet quasi keine Laufzeit und ist schon nicht unwichtig. So, ähm, jetzt als nächstes im Endeffekt genau dasselbe, wie wir hier oben, äh, hier unten auch schon gemacht haben. Wir bauen uns das Mesh aus der Geometrie und dem Material und dann bauen, äh, geben wir das Mesh zurück. Also, wenn wir das gemacht haben, müssen wir natürlich die Szene, äh, beziehungsweise der Szene die, äh, Ebene hinzufügen, also sprich unseren Boden. Und dazu machen wir einfach mal hier Floor, war Floor, ist gleich Get, äh, Generate Floor, habe ich es genannt, okay. Und zwar mit einer Größe von 10. So, und ja, jetzt sagen wir hier, okay, ähm, wir fügen das jetzt einfach hinzu. Lasst uns das doch direkt mal angucken. So, und wir sehen, naja, dass wir nichts sehen. Warum sehen wir nichts? Nun, man muss alles, was man generiert, oh, das sollte ich vielleicht oben drüber packen. Man muss alles, was man generiert, hier auch der Szene hinzufügen. Ansonsten ist es zwar da, aber es ist nicht in dieser Szene drin. Und das ist ziemlich doof, denn dann sieht man rein gar nichts. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall immer ein Scene.Ad machen, auch bei so Sachen wie dem Boden. Und anschließend können wir das hier sehen. So, jetzt sehen wir, nun ja, wir sehen, dass dieses Ding, äh, ups, dass dieses Ding eigentlich so ein bisschen an der Seite rumhängt. Und das ist natürlich Quatsch. Ähm, das bedeutet, die, naja, diese Ebene hier, die ist rotiert. Die steht da quasi wie eine Wand, wie eine unendlich dünne Wand. Und eine unendlich dünne Wand ist nicht unbedingt das, was wir als Boden verwenden sollten. Wir sollten den Boden also vielleicht erst mal noch ein bisschen drehen. Und das machen wir, indem wir hier sagen, okay, Boden, Punkt, Rotation, Rotation, Punkt. Und jetzt rotieren wir um die X-Achse. So, und jetzt könnte man hier denken, okay, ein Kreis hat 360 Grad. Wir rotieren das Ding um 180 Grad. Naja, das bringt uns nichts. Ähm, dann würden wir quasi einfach nur die Seiten drehen. Wir rotieren das Ding um 90 Grad. Problem ist, 90 Grad, ähm, ja, das wollen wir zwar machen, aber 3.js arbeitet nicht mit Grad, sondern im Radiant, also mit Radianten, also mit Pi im Endeffekt, ja. Ja, und wenn wir nochmal an Kreis denken, ein Kreis mit Pi berechnet hat zweimal Math.Pi als Größe. Ja, das ist quasi ein voller Kreis. So, jetzt habe ich gesagt, wir wollen nicht einen vollen Kreis drehen, wir wollen auch nicht einen halben, äh, ja, einen halben Kreis drehen, sondern wir wollen einen Viertelkreis drehen, denn wenn wir einen halben Kreis drehen, naja, dann ändert sich einfach nur oben und unten bei unserer Ebene und das wäre nicht in unserem Sinne. Wir wollen hier also einen halben Kreis drehen, das heißt, wir teilen hier durch 2, also im Endeffekt 2 mal Pi geteilt durch 4, also Pi halbe, ja. So, und wenn wir das jetzt speichern und uns angucken, sieht das Ganze so aus. So, ähm, immer noch nicht ganz so das, was wir haben wollen, weil diese Szene ist offensichtlich, ähm, nicht so ganz das, was wir brauchen und das liegt einfach daran, dass ich hier vergessen habe, auch eine 10 anzugeben und wenn ich nichts angebe, dann wird hier einfach angenommen, dass das Ding 1 groß ist. So, und wenn ich das jetzt nochmal aktualisiere, dann sehen wir hier, bam, wir haben eigentlich eine ganz schöne Szene, ähm, aber wir müssen noch ein bisschen größer werden, 10 reicht offensichtlich nicht aus, machen wir doch hier mal 20 draus. So, ja, und jetzt haben wir hier das, was wir als Boden bezeichnen könnten, wir haben hier einen Boden und, ähm, wir haben diesen weißen Block obendrauf. Problem ist, der Block, der verschwindet zur Hälfte, also ich mache das jetzt nochmal ganz kurz weg, okay, wir gehen hier nochmal auf 1 runter. Oh, öpp, auf 1 bitte. So, und wir sehen, dass der Block eigentlich viel, viel größer ist, als das, was wir gerade eben gesehen haben. Der Block wird quasi in der Mitte durchgeschnitten. Achtet mal bitte darauf, wie groß der Block ist. Ich schneide das jetzt so für euch und, Achtung, hier ist er wieder. So, also ihr habt gesehen, der Block wird genau in der Hälfte durchgeschnitten und das liegt genau daran, dass der Block auf 0, 0, 0 liegt, beziehungsweise in unserem Fall jetzt 0, 0, minus 5 liegt, also ein bisschen nach hinten verschoben, aber eben auf der Höhe, also die Y-Achse gibt ja die Höhe an, da liegt er immer noch auf 0. Und wenn er auf 0 liegt, naja, der Block hat ja an sich eine Größe, eine Höhe, nämlich 1. Das bedeutet, der Block liegt zur Hälfte unter 0 und zur Hälfte über 0. Und wir haben jetzt hier eine Ebene auf genau 0 reingetan, das heißt, alles, was unterhalb von der Ebene ist, das wird einfach abgeschnitten. So, und ja, das ist natürlich Käse, das wollen wir nicht, das heißt, wir schieben den Block einmal über die 0 hoch und das machen wir, indem wir hier sagen, okay, hopp, hoch mit dir nach oben, Box, Punkt, achso, und übrigens, ihr müsst nicht Translate immer benutzen, ihr könnt auch direkt auf die Position zugreifen, also Box, Punkt, Position, Punkt, Punkt, Y müsste das jetzt sein, da wir ja mit der Höhe arbeiten. So, und jetzt, naja, wir könnten jetzt einfach sagen, 0,5 nach oben bitte, das wäre die faule Variante. Die bessere Variante wäre jetzt hier direkt die Höhe des Blockes mit einzubrechen, denn wir können ja hier eventuell auch mal einen anderen Block haben, der nicht unbedingt 1 hoch ist, sondern der vielleicht 5 hoch ist oder sowas. Und dann wollen wir ja eigentlich den Block trotzdem komplett überhalb von der Ebene haben, also, sprich, sagen wir hier, wir wollen die halbe Höhe nach oben gehen, immer die halbe Höhe, das heißt, Geometry, Box, Punkt, Geometry, Punkt, Parameters, Punkt, Height, geteilt durch 2. So, und das ist jetzt quasi die Höhe des Blockes geteilt durch 2, also in unserem speziellen Fall jetzt 0,5, aber ist völlig egal, wie hoch euer Block ist, das ist abhängig von dieser Variable des Blockes und das wird das Ding quasi nach oben verschoben. So, wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen wir hier, bam, der Block ist wieder über unserem Boden und dementsprechend haben wir auch alles, was wir wollen und ja, die Szene sieht toll aus. Ja, nur die Farben sind ein bisschen grell, die gefallen mir immer noch nicht so ganz, aber gut, das werden wir noch klären in den nächsten paar Videos. Das war jetzt, wie gesagt, erstmal das Grundgerüst, alles klar. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich will in diesem Bereich später mal arbeiten oder jetzt am besten direkt mal arbeiten, dann schaut euch auf jeden Fall Get Night here an. Dort gibt es mittlerweile über 4.500 IT-Jobs von wirklich sehr, sehr geilen Firmen, auch für die ich natürlich auch arbeiten wollen würde, wenn ich nicht für euch komplett da sein möchte. Und ja, die bewerben sich sogar bei euch. Das heißt, ihr müsst nicht mal Bewerbungen schreiben, sondern die Firmen bewerben sich bei euch und ihr werdet dann gematcht und ja, könnt dann dort quasi direkt anfangen. Natürlich nicht nur im Game Design, sondern in jedem Bereich der IT, aber da wir gerade Game Design machen sozusagen für den Browser, ist das natürlich auch eine super Gelegenheit für euch. So, einfach hier auf Profil bearbeiten gehen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos für euch und ihr könnt euch da anmelden, kostet euch gar nichts und dann einfach hier angeben, was ihr wirklich alles könnt. Wir haben ja schon mal ein Sponsoring gemacht, das heißt hier React.js, TypeScript, Python und Machine Learning haben wir alles schon gemacht. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal, Mensch, nach dieser Serie können wir natürlich noch Free.js hier absolut perfekt und dann natürlich nicht nur auf einer 3 von 5, sondern auf einer soliden 5 von 5 und dann können wir auch im Free.js Bereich einen Job finden. So, dann natürlich noch die Sprachen einstellen, Perspektiven, Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung und Lebenslauf und wenn ihr wirklich euer Profil komplett ausgefüllt habt, was ihr hier oben an den wunderschönen Diamanten seht, dann könnt ihr wirklich erwarten, dass einige Firmen sich bei euch bewerben werden. Das ist nämlich auch so gewesen bei unseren bisherigen Sponsorings. Dort haben tatsächlich 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben und ihr Profil komplett ausgefüllt haben, ein Jobangebot bekommen. Ich glaube, das allein ist schon Motivation genug, das zu tun. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen, wünsche ich euch viel Spaß beim Jobsuchen beziehungsweise gesucht werden und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.